Das letzte Spiel haben wir gewonnen. Oh, Flavo, den kenne ich. Nice. Den kenne ich tatsächlich. Den habe ich gerade eben noch gespielt. Der war gut. What the heck? Ist das euer Ernst? Oh, ho, ho. Wir haben Sven mit High Damage. Hier wäre es mit. Nur 10 Sekunden. 5 Sekunden. Hurry, hurry. Oh, shit. 1 Fernkämpfer und dann Draw? Ich weiß nicht. Okay. Okay. 1. 2. 3. Hö! Was? Was will der von mir? Ah, schon gut. Ich gehe ja... Spät zählt. Stimmt, die haben alle irgendwie einen Stun. Ja, die haben alle... Alle nicht optimal gegen mich, aber... Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht allzu schlimm. Ein schönes Tag in Dota-Land. Mal sehen, gegen wen wir spielen. Jetzt auf Bot-Lane würde ich erwarten... Ja, es hat den ihre Off. Bristol... Ne, den ihre Safe. Ah, Trent Bristol? So eine Kombi? Sowas würde ich eher erwarten, ja. Nope, 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 nope. Da ist gut. Wow, man sieht so viel. Das ist echt schon krass. Da könnte man... Das wäre ein geiler Word-Place. Verflucht. Aber man würde... ...den ganzen Fluss sehen. Interessant. Interessant. Oh. Auch ein geiler Word-Place. Ich würde jetzt fast die ganze Range ausnutzen. Ich würde jetzt... Wir haben einen Geiler Word-Place. Ich würde jetzt auch... Ich würde jetzt im Geiler Word-Place. Schöpfe, ich würde jetzt ein Geiler Word-Place. Ich würde jetzt ein Geiler Word-Place mit als Erstreutung in der Welt kommen. Auch ein Geiler Word-Place. Ja. Ich würde jetzt ein Geiler Word-Place-Place-Place-Place. Jetzt waren da erst die Counter-Helix. Ex hätte ich eher im Jungle oder sonst wo vermutet. Ohohohohohoho. Das war knapp. Interessant. Mordet. Interessant. Naja, gut. Ex gegen mich ist natürlich echt... suboptimal. Also da gibt es echt besseres, was ich da an dem Gegner mitbekommen kann. Ähm. Tja. Hm. Tja. What the fuuuuck was ist das denn? Ist das jetzt nicht ernst? We agree! So we should do a shise then. Hm. Damn. Now. Hm. We will. So ein Mist. Ah. Ah. Nicht unbedingt drauf setzen, dass... Leute, die in einem Spiel gut waren, im nächsten auch gut sind. Okay. We see. I am not your bottom tower. But if I were, I'd be in a lot of pain right now. I ain't. Not a lot. Bottom tower being attacked. Yes. So. Again, of course. Hm. Und wieder dabei. Hm. 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 Trent wird uns nicht kriegen, solange wir hierbleiben. Ah, da ist X, okay. What the heck? Warum hat er mir das gegeben, während ich da bin? Oh, verdammt. Okay, das ist nicht schlecht. Das heißt, er hat alle drei Kills gemacht. Da ist Trent. Wow, das ist gut. Was ist das? Wir gehen. Well, mein Gott, dein Topf Tower ist being attacked. Hm. Okay. Wir werden schreiten. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Ich bin schon... ...dominatieren! In die Krieg! Die Field Rush! Wir werden! Oh, shit. Oh, shit, okay. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht kriegen. Dang it. Das Problem ist einfach... Ich habe einen anderen Quad verbraucht, Trent aus der Reserve zu locken. Ich meine, ist kein Fehler, ist eigentlich eine tolle Sache. Und das werde ich jetzt auch nochmal machen. Das war ich, indem ich den Wald abholze. Das war's. 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 Oh, man. Oh, shit, man. Was ist das nicht da so für Damage? I share my faith. Weiter. Fall der Fälle nochmal. Oh, shit, da haben wir gesagt was, ne? I mean, oh, na. Okay. Wir haben einen Tower an Popener verloren. Hm. 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 Oh, shit. Oh, shit. Okay. Ein kleines Mana Problem. Nicht allzu dramatisch. Jetzt muss ich nur... ...eine Mango austauschen. Gut. So. Trent is missing. Jetzt kriegen wir hier ein bisschen Besuch. Echt uncool. Äh... Mist. Ich brauch dringend... Morbid Mask. Sonst, äh... ...haut das nicht hin. W-o-o-o. Ich hab dir Angst. Geh. U-o-o-o. Oh, ist er blöd? Ich glaube, er ist blöd. Ah, sie können alles von mir als komponiert werden, das ist ein bisschen blöd. Oh, shit. Was war denn das? Fixed on well. Hm, naja, ihr Feetet würde ich nicht unbedingt sagen, es ist einfach nur... Unser Pick könnte ein wenig besser sein. Das würde schon alles sein. Komm schon. Nein, das wird unsichtbar. Ähm... Na, also... Das habe ich mir sogar auch verdient. Also, nein. Wir verstehen. So... So... Okay. Okay. So... Oh, Sven schon wieder. Achso, ich sollte vielleicht noch meine Schuhe ändern. Schade, das haben anscheinend das Duell nicht ganz geschafft. Ähm... Ähm... So... 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 ... So... 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 And... So... 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 Nice. Oh, ho, ho. Was? Alles klar. Moment, Linsen mit Spätzchen. Was? Okay. Interessante Kombi. Äh. Hätte ich jetzt nicht unbedingt ähm Hätte ich jetzt nicht unbedingt als Essenskombi genommen, aber okay. Hm. Ich spürte ich. Schwäbisches Essen. Hm. Ich kenne mich jetzt nicht so aus. Oh, okay. Oh, nee, oh, endlich Level 12. Okay. 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 Ja, das hat sich nicht unbedingt, ja. Oh, shit. Ah, shit. Ich hab nicht gesehen, da ich so wenig Leben hatte. Ah, dang it. Oh, shit. Legion, komm schon. Komm schon, Duell, Duell. Oh, nice. Obwohl er Double Damage hatte. Aber nicht schlecht. Stombs wird und na, Alter. Ist echt krass. Ist echt krass. Ist echt krass. So. Komm schon. Komm schon. Ich spür mal nicht, da die Bomben. Stombs wird. Boah. Das war ein netter Kill. Das wird kommen. Nein. Ich bin so ein Depp. Okay. Okay. Alles klar. Jetzt sind wir erst mal nur denen am Hinterherrennen, um sie zu killen. Ähm. Moment. Geld. Axe. Wann ist Axe denn rausgegangen? Okay. Wann schon, das ist die nächste Welle. Ich müsste doch jetzt hier. Eigentlich. Genau. Ich hoffe, ich bekomme bald noch. Ich bekomme bald mein Diffusal Blade. Sven, du blöde Sau. da hofft zu sterben. Hm. Das wird hier noch nicht fehlen. Axe. Alles klar. Lecko mio. Hätte mal was zu... Oh, er hat ihn doch noch mit dem Feuer ge... Okay. Er ist klar. Natürlich nicht optimal. Mal. Mal. Komm schon. Ich denke hier. Oh, Mann. So, komm Aufwählen Was ist denn da, wie ist der Barrett? So, Echo Sub Wäre wohl das nächste, ne? Guck mal, da kriege ich gerade noch mehr geliefert Ist doch echt praktisch Das ist ja nicht unbedingt So, jetzt Okay Okay Ah, hab ich die 400 in der Zwischenzeit? Ja, weniger Oh, scheiße Oh, shit, 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 shit Okay Scheiße Ah, dang it Oh, scheiße, 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 scheiße Oh, scheiße, scheiße, scheiße Oh, scheiße, 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 scheiße Oh, die Combo ist gut Oh, die Combo ist echt gut Die Combo ist echt gut Oh, scheiße, 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 scheiße Scheiße, 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 scheiße Verdammte Counter, locais Verdammte Counter Verdammte Counter Okay. Erzähl du das mal. Vielleicht kannst du Roshan nicht scannen, aber du kannst die Leute scannen, die da rein und raus laufen. Richtig nicht immer mit demselben an. Ah, Scheiße, Mann. Oh, Scheiße, Merz. Okay. Wir sollen alles kriegen. Oh shit! Yes! Es ist ein. Awesome! Ooooooh! 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 Ja, coin. Nice! Now! Ooooooh! 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 Sven ist auch raus, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Definitiv nicht. Wo ist er? Okay. Ooooooh! 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 Komm schon, er hat keine Chance. Er hat keine Chance! Komm schon, er hat keine Chance! Er hat keine Chance! Okay. Okay. Oh, shit, shit, shit. Woah, ho, ho. Okay, nein. Da gehe ich nicht weiter. Okay. Tatsächlich hat er mich verwurzelt, ist der der Hammer. Hm. Hätte ich nicht gedacht. So. So. Ich würde sagen, gegen die jahre Saturnic-Map. An der Reihe. Ähm. Ähm. Oh, ho, ho. Witzig. Dann schicke ich die zum Farmen. Oder? Geht nicht. Okay. We rush. Multiply. Oops. We will. Yes. Aha. Aha. Ah. Trench. Okay. 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 Ich muss nur abhauen. Der meiste Moment. Ah, scheiße. Dad. Goddammit. God. Damn. Boah, scheiße. Okay. Es hätte beinahe funktioniert, wenn Stormspirit nicht aufgetaucht wäre. Doch nicht mit. Okay. Er ist tot. Wow. Ist das krass. Einfach mal alles zerpflückt, was da in der Gegend war. Krasse Sache. Der war ja erst bei Roshan, ne? Deswegen ist er ja gerade eben wieder eingestiegen. Oh, er ist raus. Schade. Ihr habt ihr den mittleren Tor. Ihr gewinnen das Spiel. So. Wir machen es immer. Können wir vielleicht noch ein Stormspirit. Trend werde ich ja noch hinkriegen. Ja, ja. Keine Sorge. Ich weiß ja nicht. Aber... Das ist echt einfach. What the heck? Ist der krass drauf. Hm. Oh, okay. 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 Ich weiß nicht wie auch, aber das geht eher weniger auf. wir werden das war eine saubere sache das war wirklich eine saubere sache Sven hingegen war in dem Zusammenhang trauenhaft Kill Assists er hat normalerweise 3 Tode er hat normalerweise 3 Kills, 9 Tode und 3 Assists Alter ist das scheiße ok ok gut 50 Punkte noch bis Level 53 und mittlerweile müssten meine Wetten auf 50% gestiegen sein Bingo Tja hoffentlich steigt das weiter das wäre echt cool durchschnittlich gewonnene Punkte zu 52 naja gut achso jetzt hauptsache wir kommen auf den nächsten Level Moment ah noch 3 Stunden ok naja gut da kann ich ja noch ein paar Spiele spielen aber wir haben ja auch erst halb 1 alles klar gut dann sehen wir uns in der nächsten Runde 6 9 13 14 13